Weißt du, warum ich Krimis so mag? Was? Jetzt mal im Ernst, warum ich Krimis liebe, ist, weil du weißt, ich liebe Polizisten. Ja. Für mich sind Polizisten Freunde und Helfer. Gerade die Polizisten meines Vertrauens, der aktuelle Polizist meines Vertrauens, gibt mir unglaublich viele Tipps, wie ich mein Leben gestalte. Zum Beispiel gibt er mir Tipps, was Gartengestaltung betrifft. Ja, dass eine Hanfpanze richtig wächst und vor allem den nötigen Wirkstoff aufbaut, muss der Boden natürlich bearbeitet werden, sprich der Boden muss aufgelockert werden, mit Blumenerde vermischt werden, dann müssen die Pflanzen regelmäßig gegossen werden. Wenn das Wetter, so wie in den letzten 14 Tagen war, immer recht heiß ist, muss man schon damit rechnen, dass man zwei-, dreimal in der Woche dort hingehen muss, um die Pflanzen zu bewässern. Ja. Die Polizei, unser Freund und Helfer.